Tippt上 Man tickt unübersichtlich Du willst auch immer nur kämpfen ey Ja ok, drauf oder? Ja los Die gehen aber auch auf mich ne, die gehen doch immer auf mich Alter ich seh nix Alter ich seh nix mehr Was ist das für ein Gefecht? Ich lebe ich habe lebe nicht mehr vierfach Tötung vierfach Tötung vierfach Tötung also ich mein Xen es gar nicht gefiedert oder so da hast du wahrscheinlich jetzt halt hier wie fliegt wie viele Deaths hast du auch gott was 6 das ist doch klar dass es von dir kommt ach ja 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 was soll man machen hier 19 10 aber Mordecaiser 0 zu 7 okay drei Sekunden aufgeben ablehnen was nimmt er an ich hätte gern schon angenommen einer von euch muss angenommen haben Nein Nein Alter jetzt geht er weg ey Pantheon hättest du dich mal beeilen können mit deiner Ulti da meine Fresse ey auf Mordecai? Nein der ist wieder nicht alleine ach Mann wieso sind wir denn nie alleine? ja aber jetzt kommen sie gerade alle die kommen von da sehr schön sehr schön sehr schön ach Alex auch mal wieder ein Kill oh ja ist das Jacks? oh da sind sie alle drei LeBlanc? ja drauf aber er ist nicht am Power er ist Xen ja Xen kriege ich so nicht wo ist denn der? der steht voll da drin in der Kacke welcher von denen ist ein bisschen Xen? der 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 hinten ganz hinter wo ich sehe denn jetzt nicht mehr die könnten von rechts kommen die kommt werden von rechts kommen hier von da 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 ist gehe ich mal davon aus und Darius oder? ne die sind da oben noch lass mal hier drinnen chillen oder? ne so voll surprise surprise mäßig Leute auf Jacks hast du das gesehen? hm Alter du stehst voll offensichtlich toll wohl du bist nicht da drin ja ist mir klar ist mir klar aber ich wollte das so als anlocken und dann sind da statt einem vier Leute los 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 holt den holt den holt den holt zu sterben naja sehr schön Alter ich verpiss mich hier mal Don't feed Xen jetzt Alter egal Mordecai ist als erster Kill gönne ich ihm wuh fuck Ey lol ich glaub die kommen die wollen mich lol die wollen die wollen der will mich ach was kann ich heute mal jetzt nicht so rum boh alter das ist kein Unterschied hätte ich jetzt irgendwas mit 14 38 gelesen und so dann hab ich vielleicht doch mal ein bisschen geflamed aber ich bin 45 38 das sind 3 3 Kills Unterschiede das ist gar nix war Alex hier sowieso der einzige mit negativer KD na okay Pascal ist nicht die einzige mit nicht oh fuck oh god Alter was soll ich denn da machen Alex bleibt einfach zurück ja komm die sind jetzt eh ganz echt eh verloren ja aber wir machen jetzt kein Surrender ich will mehr Punkte kriegen euer Inhibitor wurde zerstört unser Inhibitor wurde zerstört unser Inhibitor wurde zerstört ich bringe Gerechtigkeit je das leblanc ach man lol pantheon lebensmüde ... alle sind wir gerade alle ineinander doch nicht äh toll, wie sollst du weniger leben als ich weil sowohl du tank bist bin ich gar nicht wie flasst denn du? weiter in 600 ja weil du auch voll die der ist alleine, oder? wollen wir? wollen wir drauf? nein, das ist ein Tower, erstmal ein Tower zerstören die kommen eh von hinten gleich ok weg 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 bin da, Junge holen wir holen wir holen wir Mordecaiser, komm Mordecaiser ist schlecht boah, Junge weg weg weg, oder? alle weg nein, nein, nur noch zwei Leben, komm ja dann lass jetzt pushen aber jetzt sterben aber die zwei Leben, komm ja, die haben beide wieviel Life die haben Acht, Acht grenzen weg, boah meine Fresse ja nicht aufzuhalten ey komm wir müssen auch mal wenn ich alleine vorlaufe das bringt ja auch nicht so müssen wir auch helfen ja was sollen wir machen was ist das plus 44 ja alle nicht mal mehr Half-Life ja na und du hast noch über wieviel Life hast du noch ich hab einen Trank benutzt wir haben 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 einen Trank benutzt mir doch egal was du benutzt oder nicht benutzt oh lol top ich muss mal top kurz ein bisschen zurückhalten es sind ein bisschen viele da es werden immer mehr doch Alex wir haben eh verloren naa ist noch nichts verloren hier ne noch verloren haben wir ehrlich nicht wenn jetzt Pantheon stirbt haben wir verloren so ein Lappen alter ja wie du siehst die Pantheon gestorben ach schön dass ihr mal wieder alle in der Midlane seid und noch alle tot seid oben ist äh xin oder wollen wir den holen ist alle eine hallo hier ist Jackson hinter uns Alex ja erstmal auf die hier Leblanc oder ne komm alter komm her ja sehr schön ok auch gut das sieht die scheiß super war sein live Alter hab ich nur noch 400 live ne ich mein unser erster Tower steht schon gar nicht mehr unser inhibitor spielt nicht mehr bei denen steht noch alles in der Base ich hab doch gesagt wir haben verloren nur so nein verloren haben wir doch nicht ja wenn jetzt du stirbst gleich eh toll ne nö ok wir eigentlich das ist ok noch nein ja auch nein gewählt wir haben ja noch eine Chance ja wir auch wie viel Geld haben wir denn 1100 jetzt weiß ich noch bis 130 äh gold hab macht man denn da Schaden macht man denn da Schaden erstmal wieder die Spitzabkehr damit können wir machen das Sachen machen kommen sie wieder alle mit ey wollen sie oder was ach egal gleich ach du scheiße jetzt müssen wir mal drauf jetzt hier auf Mordekaiser ok ab geht's jetzt auf hier den ja Alex ruf schau ruf flash by the down Alex du kannst dich weghauen Nein konnte ich nicht keine Chance ey Boah Pascal wir sind die einzigen ohne negative KD ja ich sag ja Profi Team ja ich kenn nicht dafür dass die so schlecht sind alle ne 8 9 8 9 aber 19 Assists ey die meisten Assists jetzt mal wieder ja haben wir auch wahrscheinlich am öftesten gestorben oder ach ok jetzt ist es eigentlich verloren ja ok ich bin öfter gestorben aber gut ich würde mal sagen vielen Dank fürs Schauen das ist jetzt verloren nein 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 noch haben wir eine gute Chance ja ja bestimmt so jetzt ab jetzt würde ich es auch glauben und äh bis zum nächsten Mal ja bis dann ciao dann äh sehen wir uns dann oder wollen die machen die fertig machen sie nicht fertig wieso greifen die nicht unsere Nexus an ja weil die noch Kills machen wollen ja so denken lass einfach an der Base stehen bleiben komm nö drauf gehen warum sehe ich eigentlich nicht mehr die Lebensanzeige von dem Dingens ja Doppeltötung ok dann äh doch nicht bis zum nächsten Mal weil wir gewinnen jetzt nein schwein sicher könnte sein Wollt oben kommen sie wieder Juhu dann machen wir einmal hier so machen wir so Inhibitore braucht noch auch keiner voll unwichtig voll voll ich brauche niemand hier Oh XIN Oh XIN Dat ist doof Dat ist ein XIN Oh je Lebensmüde Ja der nächste down Oh da hab ich ihn sehr schön und somit stehts wieder 99 also nicht mehr im negativen viel geld haben wir dann 1500 auch noch mehr so wir pushen wieder mal gehört der will aufs maul don't rush warum nicht so lustig gerade erlebt noch alles ja der will nur mitmachen um kill zu kregen er habe ich dann er super ist dass du stammt was bringt uns das denn ich kam ja nicht weg alter was der für ein sprung macht ach nee das ist eine ulti jetzt können wir erst recht viel machen das ist nichts ist es nicht negativ ist noch nicht negativ ja negativ ist wenn ich jetzt zwei hinter der zahl ist also wenn ich steht 9 11 ist eine differenz von zwei ja das würde ich dann als negativ definieren so als habe ich hier gefräßige hydra jetzt sollte ich mal ein bisschen mehr schaden jetzt gar nicht gibt es doch gar nicht doch das spiel verlassen es wird langsam es wird langsam zu viel jahre ja alles würde ich fahre bei so einem typen wie dir in meinem team passiert das ist ja ganz normal davon einfach raus geht so jetzt geht's ab aber jetzt kommt jetzt jetzt aber ja timo wieso timo hat 15 jahre da kommen sagt da kommt die hürde jetzt machen wir hier einmal mal so dann machst du das alleine gegen drei immer alleine gegen drei finde ich gut er die sehen mich doch gar nicht toll wo ach so hell und ist unsichtbar ist die passive es ist trotzdem mal weg ja auch immer noch weiter das ist auch da wo bis ich verarschen du stehst sei die ganze zeit fünf stück machen es waren vier und werden sie töten können der abwürdig macht das nichts drauf vorallt ist das sind nachher angeboten ja jetzt ist er jetzt so ein bisschen schade aber egal ich würde mal sagen jetzt machen sie mal ja gut dann ist das nächste dann bis zum nächsten Mal Prozent wieder zu schauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten auf bei der nächsten Aufnahme-Session von Ligolaischen bis dahin Leute vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss Sikowski